Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit einer bestehenden PowerPoint-Präsentation ganz leicht und schnell ein Erklärvideo erstellen kann. Ich habe jetzt einfach sehr geschwind, vielleicht auch nicht sehr schön, aber einfach mit ein paar Bildern und ein paar Textfeldern beziehungsweise handschriftlichen Überschriften eine PowerPoint-Präsentation erstellt. Da könnt ihr auch gerne andere Sachen erstellen. So und daraus werde ich jetzt ein Erklärvideo machen. Dazu gehe ich auf Bildschirmpräsentation und anschließend auf Aufzeichnen. Hier kann ich ab aktueller Folie oder von Beginn an, das meiste macht natürlich ab aktueller Folie Sinn. Und jetzt öffnet sich das Fenster für die Videoaufnahme. Das heißt, hier hat man jetzt noch ein paar mehr Möglichkeiten. Man kann nämlich tatsächlich hier handschriftliche Notizen oder einen Laserpointer später dazu ergänzen. Aktuell wird noch nicht aufgenommen, das sieht man auch hier unten. Es ist noch nichts passiert. Ich kann aber theoretisch auch handschriftlich, nachträglich ergänzen. Ich kann mir auch Notizen anzeigen lassen, um vielleicht zu spicken, wenn ich etwas lesen möchte, beziehungsweise nicht frei vortragen möchte. Das hat vielleicht auch mit der Erstellung davor zu tun. Aber jetzt kann ich auch erstmal loslegen, nämlich mit Aufzeichnen. Es zählt mir herunter und alles, was ab sofort gesprochen wird, wird aufgezeichnet. Also man sieht es hier unten auch schon, die Zeit läuft mit. Ich kann hier meinen Laserpointer verwenden. Ich kann aber natürlich auch irgendwas hineinmalen oder schreiben. Und wenn ich auf Weiter klicke, dann wird das, was sich vorher animiert hat, in dieses Video mit eingefügt. Ich klicke mich jetzt erstmal durch. Hier überschneidet sich leider meine 8. Das war vielleicht nicht so geschickt. Jetzt gehe ich auf die zweite Folie, so wie ich es hergerichtet habe. Und lasse nochmal ein weiteres Bild erscheinen. Ich kann zwischenzeitlich auf Pause drücken. Dann wird das Ganze pausiert. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, dass man auf Folie 2 ist und davon 4 Sekunden aufgenommen worden sind. Und so weiter. Insgesamt sind es 28 Sekunden, weil es auf der Folie 1 24 Sekunden war. Wenn ich dann wieder auf Aufzeichnen gehe, kann ich das Ganze nochmal weiterlaufen lassen. Und am Schluss kann ich es beenden. Anschließend könnte ich es natürlich auch anschauen. Aber jetzt will ich euch erstmal zeigen, wie man daraus eben dann das Video erstellt. Hier unten kann man übrigens sich selbst und seine Kamera einschalten. Wenn man das möchte, ich lasse das als meiste Zeit weg. Jetzt ist das Video fertig und man sieht auch tatsächlich hier schon die Tonaufnahme. Die ist auf der Folie 1 und auf der Folie 2 hinterlegt. Und wenn ich jetzt auf Datei exportieren gehe, dann kann ich hier auf Video erstellen gehen. Dann kann ich auswählen, was für eine Größe ich verwende. Ich möchte nicht so viel Dateigröße verschwenden, damit ich es dann auch noch irgendwann hochladen kann. Und nehme mir mal eine kleine Dateigröße. Optimal ist aber natürlich Full HD. Und hier werden jetzt die ganzen Zeitabläufe und Kommentare verwendet, die ich schon erstellt habe. Und wenn ich jetzt auf Video erstellen gehe, dann kann ich Pfad und Name auswählen, speichern. Und dann wird es später an der Stelle, wo ich den Ort ausgewählt habe, hochgeladen als Videodateiformat. Das dauert jetzt etwas und wird nicht gleich zur Verfügung stehen. Deswegen Geduld. Nicht gleich 5 Sekunden später schauen, ob es am entsprechenden Ort vorhanden ist. Sondern da sollte man vielleicht 3 Minuten, 4 Minuten warten, bis PowerPoint beendet ist. Und dann finden Sie das Video. Mein Video ist jetzt hier gelandet. Per Doppelklick kann ich es aufrufen und das Video läuft ab. Fertig ist mein Erklärvideo.